...und den Anschluss nach oben zu halten, über die Kölzerei, über Bayern München, Bremen und Hamburg. Nur noch gar nicht reden, 0 zu 0 zwischen Schalke und Wohen. Na ja, aber die Bremen und die Hamburger, die spielen heute gegen Hamburg im Nordderby. Und Matthias Acker ist eine der vielen Fragen bei diesem Spiel sehr lieb. Ja, die besser dann Spur machen. Im Moment tun sie sich mal, wenn nicht.